So, wir wollen jetzt mal was da sein. Und jetzt nochmal müssen Sie das jetzt auch wieder anstehen. Das ist ganz schön, ne? Unglaublich, nicht so süß zu verstehen oder zu mitgesprächen. Wir haben ja eine Atamia im Sack gleich und haben uns einfach spontan dazu entschieden, den Weg dahin zu nutzen, um Solidarität mit Ägypten zu zeigen. Solidarität und die internationale Solidarität und die internationale Solidarität. Und die internationale Solidarität. Und die internationale Solidarität. Das ist ja, Juri, das war der Mutschir. Jaskut, Jaskut, Chukmel Asgut. Jaskut, Jaskut, Chukmel Asgut. Jaskut, Jaskut, Chukmel Asgut. Frieden und Freiheit für alle Weltenbürger. Frieden und Freiheit. 38 Tote am ägyptischen Tahrirplatz sind 38 zu viel. Deshalb rufen wir, heute gehen wir für Frieden am Tahrir. Heute gehen wir für Frieden am Tahrir. Wir laufen hier heute in Solidarität mit den Menschen, die derzeit den Tahrirplatz in Ägypten besetzt haben. Wir empfinden tiefe Trauer und auch Wut, wenn wir hören, dass laut offiziellen Zahlen vom ägyptischen Gesundheitsministerium 33 Tote und 1.500 Verletzte bestätigt werden. Wahrscheinlich sind es jedoch weitaus mehr. Viele Tote gehen wohl auf den massiven Gebrauch von Reizgas und anderem aggressiven Gasen zurück. Die bezahlten Sicherheitskräfte griffen unter anderem ein provisorisch errichtetes Lazarett mit Gas und Knüppeln an. Die Kämpfe dort gehen von Basisstrukturen und Netzwerken aus so lange weiter, bis das Militär sich von der Macht verabschiedet. Alle Menschen dieser Welt sind aufgefordert sich solidarisch und entschlossen mit körperlicher und geistiger Kraft mit körperlicher und geistiger Kraft für eine friedliche, freie und lebenswerte Welt für jeden einzusetzen. Es gilt weiter, eine friedliche und freie Revolution zu organisieren und durchzuführen. Wir wollen keine Gewalt. Ein friedlicher Weg sollte die Lösung sein. World Solution! Revolution! Heute gehen wir für freie Land nach Bier! Wir gehen für freie Land nach Bier! Heute gehen wir für freie Land nach Bier! Das ist was Demokratie looks like! Das ist was Demokratie looks like! Regieren ist auch mild ausgedrückt. Das ist kein Regieren, sondern Unterdrückung. Sechs Jahrzehnte. Uns geht es nur abwärts in Ägypten. Armut, die für euch unverstellbar ist. Nun hat die Jugend im Januar revoltiert und die haben es geschafft am 11. Februar, dass der Mubarak stürzt. Leider, und das muss ich kurz erklären, dieser Generation hier, auch deren Väter, unterzogen, dass man das Militär heiligt. Und wo die Jugend revoltiert hat und die haben es geschafft, dass der Mubarak stürzt, die waren leider Gott so naiv und gläubig, dass sie vom Militär geschützt werden. Das ist nicht der Fall! Der Militär ist mit seiner Fahrzeuge im ganzen Land war präsent, aber der hat zugeguckt, wie die Schläger-Trupps dieser Jugend hier zusammen geschlagen haben mit blanken Waffen, mit Molotow-Cocktail, mit Schusswaffen und die Polizei hat natürlich mitgezogen. Bei der Polizei, wir haben Polizei und wir haben noch 480.000 registrierte Kriminelle und die Polizei verfügt über denen jederzeit. Die kann man holen für solche schmutzige Arbeit. Man hat lastwagenweise Steine vom Marmorbruch, von den Minen der Marmor. Die sind so scharf wie Rasiermesser und das ist das, was die Schläger-Trupps gegen die Jugend benutzt haben. Wir haben tausende Verletzte, alleine die, die ihre Augen nicht verloren haben, sind 1200 Jugendliche, genau wie die Jugendlichen, die hier stehen. Nun, leider hat man das Vertrauen ins Militärgesetz und das ist falsch. Von dem Tag an ich habe gesagt, ich möchte kein Mensch mich gratulieren. weil ich wusste, das kommt, ich bin kein Hellseher, aber sechs, sechs Jahrzehnte, die haben Privilegien noch und noch. Die sind schweinreich, reicher als die zivilindustrielle im Lande. Nun musste der Tag kommen, die wollen nicht weggehen. Und ich habe immer gesagt, schlagt das euch aus dem Kopf. Die werden freiwillig nicht abtreten, dass Zivilisten an die Macht kommen oder das Land regieren. Das tun sie nicht. Nun haben viele Jugendliche das geschnallt und seit drei Tagen, die sammeln sich, weil das Militär hat sein Wort gegeben. In vielen Hinsichten hat nichts getan. Und das brudelt jetzt und die schlagen noch genauso hart wie im Januar und Februar. Das wollte ich nur sagen, damit diejenigen, die uns zuhören, verstehen, worum es bei uns hier geht, die Ägypter. Das ist eine zweite Revolution landesweit in Ägypten. Am meisten Kairo und Alexandrien. Man fragt sich, warum gehen diese Menschen auf der Straße? Warum? Da kann man zu Hause bleiben. Nein, diese Menschen haben nichts zu verlieren. Nichts zu verlieren. Und die Jugend, die diese Revolution bewirkt hat, da sind größtenteils oder zum Teil vom Mittelstand. Die haben das nicht nötig. Aber dieser Terror, dieser Militärterror, das spüren wir im Knochen. Kein Ägypter wagt sich an einer Straßenseite, wo eine Polizeistation sich befindet. Geschweige denn vom Innenministerium oder vom Geheimdienst. Der Terror, die Angst ist bei uns im Knochen verpflanzt. Und diese Jugend, die haben das geschafft und die werden nicht aufgegeben. Ich bin so versichtlich, noch und noch. Und es leider, es wird Blut fließen, aber freiwillig gibt das Militär das nicht außerhand. Da sind die größten Unternehmer im Land, die größten Kapitalisten, die haben Privilegien noch und noch und darauf werden die nicht verzichten. Entschuldigung, meine Stimme ist weg. Ich danke euch. Ich danke euch.